Die heute beginnende Woche bringt in Deutschland verbreitet schwere Gewitter und damit hallo aus dem Fernsehstudio des Deutschen Wetterdienstes. Der Grund für diese schweren Gewitter ist Tief Xero. Tief Xero liegt aktuell über dem Westausgang des Ärmelkanals. Aktuell heißt heute Montag 12 Uhr und in den kommenden Tagen zieht es Tief über Deutschland hinweg in Richtung Baltikum. Die Luftdruckgegensätze in Tief Xero sind gering, die Verlagerungsgeschwindigkeit ist langsam. Das sind Bedingungen, die eine Vorhersage schwierig machen. Andererseits geringe Verlagerungsgeschwindigkeit heißt bei Gewittern immer sehr starke Niederschläge und entsprechende Unwettergefahr. Heute kristallisieren sich vor allem zwei Gebiete heraus für Unwetter. Einmal der Nordwesten, andererseits große Teile des Südens und dass aktuell schon Warnungen laufen. Das sieht man hier an diesem kleinen Orangenfleck. Da sind schon Warnungen aktiv. Was erwartet uns in diesen beiden Regionen? Einerseits im Nordwesten, das heißt ein Gebiet vom Emsland, vom Niederrhein bis ins südliche Niedersachsen. Dort Starkregen 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, punktuell auch noch etwas mehr, Hagel um drei Zentimeter und Sturmböen um 100 Stundenkilometern. Auftreten am heutigen Nachmittag und bis in den Abend hinein, Verlagerung von den Niederlanden in Richtung Osten beziehungsweise Ost-Nordost. Im Süden späterer Beginn, erst am späten Nachmittag am Abend, dafür die ganze Nacht über anhaltend, Verlagerung von den Alpen von der Schweiz her in Richtung Nord-Nordost und die Begleiterscheinung der Gewitter dort. Starkregen 25 bis 40 Liter, da allerdings auch akkumuliert über mehrere Stunden bis zu 70 Liter möglich. Dann dort größere Hagel 3 bis 5 Zentimeter und Sturmböen vereinzelt allerdings auch orkanartige Böen und Orkanböen bis zur Stärke 12. Die übrigen hier hell markierten Gebiete, auch da sind Gewitter möglich, allerdings ist die Unwettergefahr dort deutlich geringer. In den kommenden Tagen bleibt es bei vielen Gewittern, vor allem im Süden und der Mitte. Die exakte räumliche Verteilung ist noch nicht zu prognostizieren. Sie finden aktuelle Informationen wie immer unter www.dwd.de oder in der Warnwetter-App. Das war's für heute aus dem Fernsehstudio des Deutschen Wetterdienstes.